In der Obstabteilung dieses Supermarktes sind die Apfelsen nicht nur super frisch, sondern auch, Achtung Witz, super frech. Man hätte den gleichen Effekt sicher auch mit Gentechnik hinbekommen, wir haben uns aber für die umweltfreundliche Fernsteuerung entschieden. So, hey, macht ihr das Dippen selbst? Ich fasse es nicht. Hilfe, Hilfe! Ja, und zufassen. Nehmen Sie sie. Schlecht entzogen, ne? Nee, gut entzogen. Deswegen begrüße ich Sie zur Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß. Dankeschön. Kennen Sie die? Na klar, können wir die. Na ja, super, herzlich willkommen. Haha, sehr, sehr gefgnetet. Haha, gut. Schrei. Tschüss. Hahaha. Hahaha.